Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist Konstantin von Jascherow. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Synchronschauspieler, Produzent und vieles andere. Im Synchron bin ich unter anderem zu hören in den Rollen Archie Andrews aus Riverdale und den jungen Anakin Skywalker aus Star Wars habe ich gesprochen, in Tokyo Revengers, Demon Slayer habe ich gesprochen, dann Star Trek, Kingdom Hearts, Yu-Gi-Oh! und noch viel, viel mehr. Und wenn ihr Bock habt, mich mal persönlich kennenzulernen, kommt am 6. und 7. Mai gern auf die Comic-Con in Dortmund. Und um ehrlich zu sein, kann ich es kaum erwarten, da auch mal 2 Tage zu sein und in der Westfalenhalle abzuhängen. Also kommt vorbei, ich würde mich total freuen, euch persönlich kennenzulernen. Ich habe zahlreiche super Kollegen und Kolleginnen mitgebracht, die schon alle voller Vorfreude sind. Liebe Grüße, bis bald, ich freue mich auf euch, euer Konstantin. atinzen Philipp? Musik